Hi Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Channel, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jason Statham, er ist wohl einer der populärsten Action-Stars der Neuzeit neben The Wayne The Rock Johnson und beide gehören aber meiner Meinung nach schon fast zum alten Eisen, denn ihren großen Durchbruch hatten beide Anfang der 2000er, was ja auch schon 24 Jahre lang her ist. Jason Statham hatte damals schon ein paar größere Rollen in bekannten Filmen gehabt, war aber selbst noch gar nicht so bekannt und populär und hatte seinen großen Durchbruch mit den Transporter-Filmen gehabt. Danach kamen gar nicht mehr so viele gute Filme, wie ich finde, bis dann eines Tages The Expendables erschienen ist oder auch Homefront, der meiner Meinung nach sehr underrated ist, ja den könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, ich finde den wirklich stark. Dann ist Statham doch wieder ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden, um dann jetzt die letzten Jahre ein größeres Comeback zu feiern mit Filmen wie The Mag, Mag 2 oder auch The Beekeeper, um den es heute gehen soll. Ich selbst habe The Beekeeper noch nicht gesehen, das werde ich die Tage aber nachholen, habe im Internet aber schon viel positive Resonanz wahrgenommen, habe natürlich aber auch gelesen, dass man hier nicht die große Highlight-Story erwarten soll, was man sich bei so einem Action-Film aber wohl denken kann. Wenn man sich das Deckblatt auf dem Ste-Book mal anschaut, selbst dort ist die Geschichte wirklich dünn dargestellt. Ja, wir haben Adam Clay gespielt von Jason Statham, der ein paar Kriminelle jagt, der ist auf einem Rachefeldzug und was die bösen Buben nicht wissen, er hat früher einer Geheimorganisation namens The Beekeeper angehört und ist deshalb wohl nicht so leicht zu stoppen. Das ist es, das ist die große Geschichte, der große Plot, ja, der Imker haut den bösen Buben ein vor den Latz. Das mag den ein oder anderen hier vielleicht etwas abschrecken, ja, etwas dünn erscheinen, das ist es auch. Aber wenn man das Ganze gut umsetzt, ja, denke ich, dass man hier einen abendfüllenden, guten Action-Film spendiert bekommt. Das erwarte ich und ich denke, das bekommt man auch geboten. Und wenn man sich die Resonanz, wie gesagt, im Internet anguckt, ja, schneidet der Film gar nicht so schlecht ab. Jetzt habe ich den Film aber schon in der Sammlung, ja, ich habe mir den damals blind gekauft, denn die Trailer haben mich wirklich abgeholt. Ich hatte Lust auf den Film, habe es aber damals nicht ins Kino geschafft, habe mir dann das 4K-Steebook bestellt, weil auch hier die Produktbilder überzeugen konnten. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier das Steebook an. Wie sieht es aus, was hätte man eventuell besser machen können und lohnt sich das 4K-Steebook für diesen Preisswitch? Und hier haben wir das Steebook und wir schauen uns hier zuerst mal das Deckblatt an. Da sehen wir vorne, dass wir das Ganze hier mit einer FSK 18 versehen haben. Wir sehen Jason Statham, The Beekeeper, 4K Ultra HD, Blu-Ray, Steebook Limited Edition mit zwei Discs. Das Deckblatt selbst kommt dann so daher und wie schon anfangs erwähnt, selbst hier ist die Story zum Film wirklich sehr dünn gehalten, was die Erklärung angeht. Wir haben natürlich unten nochmal ein paar Spezifikationen und Angaben, was die 4K angeht, was das Tonformat angeht und die Laufzeit. Und wir haben hier eine deutsche und englische Dolby Atmos Tonspur, was natürlich sehr, sehr cool ist. Was ich auch noch positiv erwähnen möchte, wir hatten hier keine Klebepopel auf dem Deckblatt, was natürlich auch angenehm ist und auch natürlich völlig unnötig, diese Klebepopel. Ich verstehe gar nicht, warum die manche überhaupt noch benutzen. Dann schauen wir uns das Steebook selbst an. Wir sehen vorne Adam Clay, der gespielt wird von Jason Statham hier in seiner Imker-Ausrüstung. Wir sehen hier, dass das Ganze visuell etwas fantasievoll gestaltet ist. Er löst sich hier so ein bisschen auf und geht dann in Bienen über. Das ist doch sehr cool gestaltet. Wir haben hier auch in den Bienen und im Charakter selbst einen Hochglanz-Effekt. Und das ist auch sehr lobenswert. Ich muss sagen, mir hätte es jetzt noch gefallen, wenn wir hier eine Rahmenprägung hätten. Und wenn man vorne The Beekeeper vielleicht noch geprägt als Titel auf dem Steebook hätte, das wäre natürlich ein absolutes Highlight. Auch die Bienen hätte man etwas prägen können. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau, was mich tatsächlich ein bisschen stört, dass das Ganze hier so ein bisschen im Goldton gehalten ist. Ich persönlich hätte es gefeiert, wenn wir hier vielleicht ein komplett Hochglanz-Debug gehabt hätten. Ein komplettes, wo mir anstatt Gold dann wirklich so ein krelles Gelb, so wie hier in diesem Deckblatt haben. So, dieses krelle Gelb hätte mir persönlich besser gefallen. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen gefällt mir dieses Design wirklich gut. Wir haben hier ein durchgehendes Design, denn wenn wir das Ganze öffnen und mal hier so hinlegen, dann sehen wir hier nur den leeren Horizont mit ein paar Bienen drin. Aber im Großen und Ganzen ist das dann sehr stimmig und passt auch zur Front. Man hat das sehr gut passend gehalten. Man hat hier in der Mitte auf dem Spine nochmal den Schriftzug The Beekeeper. Im Inneren gefällt mir das Design auch sehr gut. Die Disks sind schon schön gehalten. Hier hat man auch wieder mehr diesen Gelbton. Den ich mir auf dem Ste-Book vorne gewünscht hätte. Wir sehen, dass das Ganze ab 18 ist. Wir haben hier die Ultra HD und hier haben wir dann die Blu-ray Disc. Und wir holen die Disks mal raus und haben hier dieses Design. Das finde ich auch wirklich nice. Das wäre vielleicht auch auf der Rückseite mit Hochglanz-Effekt sehr schön gewesen. Im Großen und Ganzen ein gutes Ste-Book, aber nicht perfekt. Hier haben wir das Ste-Book zu The Beekeeper. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein gutes Ste-Book, auch wenn es noch lange nicht perfekt ist. Wenn ich das Ganze raten müsste, würde ich sagen, wir geben hier 6 von 10 Sternen, denn es ist doch noch etwas Luft nach oben, wie man eben hier beim Unboxing sehen konnte. Wie gesagt, die Farbgestaltung, Prägung etc. Titel, das wäre vielleicht noch lobenswert gewesen. Hätte das Ganze zu einem Highlight gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich persönlich den Kauf jetzt nicht bereut. 30 bis 35 Euro sind so die Standardpreise, was Neuveröffentlichungen bei 4Ks momentan angeht im Ste-Book-Bereich. Manchmal hat man Glück, bekommt sie etwas günstiger. Und auch hier muss ich wieder mal Italien erwähnen. Die haben gerade wieder eine Aktion bei Amazon Italien, wo man viele Filme, die bei uns 30 Euro kosten, für 8 bis 15 Euro im 4K-Ste-Book bekommt. Das ist der schiere Wahnsinn. Manchmal muss man einfach warten, aber manchmal hat man gerade bei Ste-Books und Media-Books halt Pech. Und das Ganze ist dann irgendwie vergriffen und man bekommt gar nichts mehr oder nur noch zu teuren Preisen. Das ist immer so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, immer so ein kleines Risikospiel. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Ste-Book findet. Wie findet ihr den Film? Habt ihr den Film schon gesehen? Habt ihr ihn zu Hause? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und was würdet ihr sagen, lohnt sich hier ein Kauf von diesem 4K-Ste-Book? Würdet ihr den Preis von 30 bis 35 Euro für dieses Ste-Book bezahlen? Oder seid ihr allgemein die Leute, die sagen, so viel gebe ich sowieso nicht für einen Film aus? Und schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. Bis zum nächsten Mal.